Hi, es ist Lea 2004. Heute sage ich was dazu, dass Kevin Kampel zu Dortmund gewechselt ist. Also, dass ein Spieler einen Verein wechselt, ist ja nicht so besonders. Vor allen Dingen ist es ja auch total langweilig, wenn einer zu Dortmund geht oder Dortmund verlässt. Es sei denn, es ist Marco Reus, der zu Bayern wechselt. Aber was anderes. Kevin Kampel hat beim BVB einen Vertrag bis 2019 bekommen. Das Besondere ist, ich habe von Kevin Kampel ein Autogramm. Da, Kampel. Zu den guten alten Zeiten war das noch. Äh, und ja, das war's.